und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus wir haben uns von openbricks aus der technik racing reihe ja schon den gelben vertreter angeschaut und ich habe mir gedacht schauen wir uns doch aus dieser pullback reihe auch noch einmal den orangen vertreter an der natürlich überhaupt nichts mit einem bugatti zu tun hat das ist ja schon mal ganz klar ich finde es auch schön dass dieses technik zeichen noch mal ein wenig eigens kreiert wurde und wir dort noch mal diese ziel flagge haben erinnert mich ein wenig an heiße räder und gefällt mir sehr sehr gut es ist die set nummer obws 0904 404 teile haben wir in diesem set und eben die pullback funktion es wird auch noch mal gezeigt dass das ganze kompatibel mit anderen marken ist und geeignet ist das set laut der packung ab 6 plus auf der oberseite der verpackung haben wir noch einmal die maße des sets und zwar wird das ganze am ende 22,8 cm lang 6,5 cm hoch und ich gehe davon aus dass das heißen soll dass es 11,3 cm breit wird was ich an der verpackung von openbricks immer sehr schön finde ist dass wir oben noch mal einen henkel haben mit der wir das ganze entspannt transportieren können die seiten sind dann nicht sonderlich schön oder wichtig gestaltet aber auf der rückseite sehen wir noch mal das set von hinten abgebildet wir sehen ein paar kleine funktionen also einmal wie gesagt den pullback motor und wir können die türen öffnen und wir haben das ganze noch einmal auf einer rennstrecke abgebildet ich bin auf jeden fall sehr gespannt auf dieses set und dementsprechend machen wir das ganze doch mal auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an openbricks typisch finden wir dann im äußeren karton noch den innen karton hier kommt natürlich schon sehr viel luft zusammen weil auch dieser innen karton noch mal sehr sehr luftig und breit ist so dass wir hier insgesamt doch einen sehr viel kleineren karton hätten haben können um am ende die steine in den karton unterzubringen denn hier ist wirklich sehr sehr viel luft dabei dabei der bau ist bei diesem fahrzeug in zwei bauabschnitte unterteilt dementsprechend haben wir auch zwei bauabschnittstüten das tütendesign gefällt mir hier gut und es ist eindeutig geklärt welche tüte welchen bauabschnitt betrifft ich weiß das sollte eigentlich selbstverständlich sein aber bei der ein oder anderen marke wird das wesentlich unschöner gekennzeichnet über die steinequalität reden wir natürlich dann wie immer während des baus und dann haben wir natürlich noch die anleitung diese ist wieder in dieser art kalenderform die papierqualität ist sehr gut und man klappt das dann am ende so zur seite auf und es wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt insgesamt haben wir auf die 404 teile hier 68 bauschritte auf 30 seiten verteilt mit der anleitung von dem gelben vertreter hatte ich keine probleme ich hoffe das wird hier wieder ähnlich auf der rückseite haben wir dann noch mal genau die packung abgebildet wie schon auf der vorderseite also hier wird kein eigenes design noch mal auf die anleitung gebracht ich freue mich schon sehr auf den bau und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns gleich nach dem ersten bauabschnitt wieder 43 bauschritte und damit der erste bauabschnitt sind förmlich vorüber geeilt und soweit sind wir gekommen wir haben schon mal die basis gebaut und auch der rückziehmotor ist komplett eingebaut von unten haben wir eine gerade stabile fläche und wenig löcher das bedeutet natürlich auch dass das ganze dann wahrscheinlich für den spielbetrieb stabil genug wird was bei einem pullback ja sehr wichtig ist wir haben die farbkombi schwarz orange die mir persönlich sehr gut gefällt und ich finde auch die schwarzen und die orangen teile sehen wertig aus sie glänzen schön und wir haben keine großen farbabweichungen drin auch wenn das bei schwarz natürlich nicht allzu schwierig ist aber auch im orange passt das alles sehr gut und wenn wir uns das ganze so anschauen fällt dem geneigten klemmerstein bauer vielleicht etwas auf und zwar dass hier keine blauen pins rausragen oder auch keine roten achsen oder sonstige sachen die im endeffekt nicht so schön aussehen denn wir haben hier orange schwarze und graue pins sowie achsen und diese werden auch wirklich nur dort eingesetzt wo es sinnvoll ist das ist eine sehr sehr gute sache und da könnten sich sehr viele technik hersteller etwas abschauen um von diesem blauen desaster was durch den dänischen hersteller vorreitend eingeführt wurde vielleicht wieder wegzukommen hier wäre es besser nicht den dänischen hersteller nachzumachen sondern seinen eigenen weg zu gehen und dann sieht das auch wirklich farblich gut und aufgeräumt aus wo sich aber openbricks auf jeden fall noch am dänischen hersteller orientieren könnte ist die steinequalität vom verbauen denn wie gesagt aussehensmäßig gefallen sie mir gut aber vom verbauen sind mir vor allem die pins leider zu hart und das ist sehr sehr schwierig wenn man über ein technik set redet denn da baut man ja vorrangig mit pins und deshalb kommt es hier öfter dazu dass sich der bau leider nicht allzu angenehm anfühlt da lassen sich dänische steine und auch von vielen anderen herstellern schon mal viel viel besser verbauen das ganze ist verbaubar und man kann den pins am ende nicht absprechen dass hier viel klemmkraft drin ist also das teil wird richtig stabil aber besonders wenn man dann mehrere pins an einer stelle ineinander drückt wird es schon unangenehm und da müssen wir sagen wir reden hier über ein kleines technik set mit 404 teilen wo man vielleicht pro liftarm maximal vier oder fünf pins gleichzeitig ineinander steckt das ist bei größeren setzt dann noch ein viel viel größeres problem als bei diesem kleinen also hoffe ich dass dort openbricks noch ein wenig nachbessert mit ihren partnern spaß hatte ich in jedem fall bis hierhin aber trotzdem und ich hoffe das bleibt so und wir sehen uns gleich mit dem fertigen nicht bugatti wieder und fertig ist damit der orange schwarze nicht bugatti von openbricks wenn auch nicht ganz korrekt denn er hat einen makel ich persönlich habe nämlich leider eine falsche soft excel im set gehabt so dass hier vorn dass eigentlich nur wirklich eine kleine biegung haben sollte und so die soft excel natürlich viel zu lang ist da wurde die falsche reingelegt das finde ich schon mal sehr sehr ärgerlich ich kann aber so viel sagen dieses video kommt nach der produktion wahrscheinlich erst in circa zwei wochen und ich werde auf jeden fall den kundensupport von openbricks kontaktieren und werde dementsprechend in diesem video auch genau jetzt einblenden ob mir da geholfen wurde oder leider noch nicht ich habe schon im zwischenbauschritt gesagt dass mir die pins zu hart sind beim verbauen das ist auch weiter so geblieben und deshalb denke ich auch die alters empfehlung von 6 plus könnte hier schwierig werden denn dafür sind sie mir zu hart da wird auf jeden fall der nachwuchshilfe brauchen wenn man das im altersbereich 6 plus regeln möchte das ist ja aber auch nicht verkehrt wenn die kinder da unterstützung von den eltern bekommen was wir noch an funktionen an diesem set haben ist wir können eine motorhaube öffnen da ist meiner meinung nach eine kleine verpasste chance drin denn da hätte man zumindest einen kleinen motor noch andeuten können und wir können die türen öffnen natürlich beidseitig einen so richtigen anschlag haben wir nicht und dementsprechend können wir das hier leider sehr weit drücken da wäre es schön wenn wir noch einen anschlag gehabt hätten und die türen sitzen noch etwas locker nicht so dass sie abfallen aber schon so dass sie aufgehen könnten wenn man das fahrzeug dann im spielbetrieb mit dem pullback motor benutzt die hätte man meiner meinung nach noch etwas fester arretieren können dann haben wir noch einen spoiler den wir rein theoretisch nach oben und unten einstellen können wie wir das möchten und das ist alles was wir an funktionen in diesem set haben bis auf den pullback motor und der pullback motor so viel kann ich sagen hat wirklich kraft also damit lässt es sich sehr sehr gut spielen und das fahrzeug hält auch auf jeden fall den spielbetrieb aus es könnte natürlich mal ein spiegel vielleicht abfallen das ist aber schnell wieder dran gebaut und es könnte mal die tür aufgehen beim fahren aber auch das ist kein problem denn dadurch fällt ja zumindest das set nicht auseinander also die stabilität des sets ist auf jeden fall ein pluspunkt und auch ein punkt da natürlich irgendwo etwas mit der klemmkraft der pins zu tun hat sehr sehr schön an dem fahrzeug finde ich weiterhin dass wir optisch die passenden pins haben wir haben orange pins im orange schwarz pins im schwarz logischerweise graue achsen bei grauen teilen und wir haben auch eine durchsichtige achse im durchsichtigen teil das sieht einfach stimmig aus und hätte mit blauen pins und bunten achsen niemals so gut ausgesehen aussehensmäßig gefällt mir für die teile anzahl das fahrzeug auch ziemlich gut wenn wir uns mal denken dass das hier vorne noch behoben wäre wenn er dann so gebaut ist ist der für die teile anzahl wirklich gut und wir haben auch hinten noch einen druck denn dieses fahrzeug ist so gesehen voll bedruckt das ist aber auch der einzige druck wo wir nochmal die setnummer als kennzeichen haben das gefällt mir auch gut wogegen ich aber etwas allergisch bin ist wenn auf der verpackung dinge gezeigt werden die in echt nicht an dem set so sind und ich finde es überhaupt nicht schlimm dass wie in diesem fall jetzt hier eine graue soft excel dran ist es gibt ja auch leute die generell nichts mit soft excel anfangen können und das nicht zu mögen mich persönlich stört es nicht wenn es so dezent wie hier eingesetzt wird und das ganze auch wirklich hält und nicht irgendwo so eine riesen friemel arbeit ist das haben wir hier das funktioniert hier wirklich gut aber wenn ich natürlich auf der packung die soft excels im selben farbton zeige wie die silberteile die wir wirklich am fahrzeug haben dann finde ich ist das nicht in ordnung und das ist gewissermaßen eine täuschung des endverbrauchers denn wir haben hier natürlich schicke silberteile wenigstens das stimmt aber die soft excel ist in einem ganz normalen grau und ich finde es schade wenn man auf der verpackung dann so belogen wird das ist ein punkt der mir sauer aufstößt und dann haben wir bei dem fahrzeug doch ein paar punkte die mir leider etwas sauer aufstoßen beziehungsweise kleine und größere kritikpunkte dass das auf der verpackung anders dargestellt wird ist für mich ein relativ großer kritikpunkt denn ich möchte als verbraucher nicht getäuscht werden auf der verpackung vielleicht ist das dem ein oder anderen egal mir aber nicht dann ist natürlich die qualitätssicherung auch irgendwann punkt dass hier vorne die falsche excel drin ist das aber alles noch gut zu ertragen wenn der produktservice hier dann hilft die klemmkraft von den pins und steinen ist eben open bricks typisch bringt stabilität aber ist für gerade jüngere dann unangenehm zu bauen bei kleinen sets funktioniert es bei großen könnte es zum problem werden aber bei so einem kleinen set ist das ein eher kleiner kritikpunkt und solche sachen dass man hier vorne gerne noch einen kleinen motor hätte andeuten können ist auch natürlich eher ein kleiner kritikpunkt ich verstehe nur nicht warum man die motorhaube hier zum öffnen lässt und nicht komplett fixiert weil wenn diese komplett fixiert wäre dann würde auch gar nicht erst in meinem kopf das entstehen dass ich dort einen motor erwarten würde wir haben auch keine lenkung drin pullback typisch ich finde es immer schöner wenn wir eine lenkung dabei haben und die dann arretiert wird beim spielbetrieb mit dem pullback aber hier wurde sich dafür entschieden gar keine lenkung einzubauen auch das ein ganz ganz kleiner kritikpunkt aber die kleinen sachen summieren sich dann natürlich irgendwo und noch so eine kleine sache sind dann die offensichtlichen angusspunkte die wir hier dran haben es sind nicht die schlimmsten die ich je gesehen habe aber es gibt durchaus hersteller die das besser hinbekommen und jetzt könnt ihr natürlich sagen mensch valley brick du nörgelst hier ganz schön rum aber die erwartungshaltung hat auch irgendwo open bricks hier geschaffen mit dem preis der für dieses set aufgerufen wird denn wir reden hier über 30 euro und für 30 euro bekommt man ähnlich große sets vom dänischen hersteller auch zumindest rabattiert und wenn von der uvp ausgehen etwas kleinere sets auch mit pullback auch vom dänischen hersteller und dieser ist ja eigentlich dafür bekannt dass die preise nicht unbedingt realistisch sind und wenn dann open bricks doch seinen relativ hohen preis für 400 technik teile hier aufruft dann bringt das eine gewisse erwartungshaltung mit sich die dieses set nur sehr schwer erfüllen konnte und auch nur teilweise erfüllt hat für mich wäre das set auf jeden fall mit 25 euro besser eingepreist da sollte immer noch genug bei open bricks hängen bleiben und als verbraucher fühlt man sich damit aber denke ich besser nach dem kauf von mir bekommt das set dennoch eine kaufempfehlung wenn ihr es rein optisch mögt und auch gerne mit dem pullback motor gespielt haben und auch gerne mit dem pullback motor gespielt haben wird denn dann hat das set auf jeden fall etwas drauf und ist qualitativ völlig in ordnung wenn ihr aber weder pullback motoren gut findet noch das fahrzeug optisch gut findet dann ist es leider keine kaufempfehlung denn der bau ist nichts super besonderes was man unbedingt erlebt haben müsste wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo daumen in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen tag haut rein euer value brick bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal